Dr. Nadine Fischer ist für mich kompetent, bürgernah und zielstrebig. Deshalb bekommt sie meine Stimme am Sonntag bei der Wahl. Ich wähle Nadine, weil es Zeit wird, Platz für die Zukunft zu machen. Ich wähle Nadine Fischer, weil es ihr bei aller Wichtigkeit nicht nur um die wirtschaftlichen Aspekte der Stadt auch hingeht. Wir haben zahlreiche andere Baustellen, die in den letzten Jahren doch sehr vernachlässigt wurden. Hallo, ich wähle am Sonntag Nadine Fischer, weil die Achemer Verwaltung und das Rathaus dringend neue Ideen und einen frischen Wind brauchen. Hier zählt es wirtschaftliche Vernunft, bezahlbares Wohnen, Umweltschutz, Klimaschutz, die Belebung der Innenstadt, die Schulen, Digitalisierung. Viele Themen müssen dringend vorangebracht werden und dort herrscht seit Jahren Stillstand. Ich habe im Wahlkampf Nadine persönlich sehr gut kennengelernt und bin mir sicher, dass sie für dieses Amt genau die richtige Kandidatin ist. Daher gebt auch ihr am Sonntag, Nadine, eure Stimme. Vielen Dank. Guten Tag, mein Name ist Jürgen Striedig. Ich möchte Sie heute bitten, als Vorsitzender der Achemer CDU, am kommenden Sonntag bei der Bürgermeisterstichwahl Nadine Fischer ihre Stimme zu geben. Ich habe Nadine Fischer als eine engagierte, erstklassig ausgebildete junge Frau kennengelernt, der ich es zutraue, unsere Stadt bestmöglich zu führen. Ich glaube, dass sie in der Tat die beste für Achem ist. Und daher bitte ich Sie darum, Nadine Fischer am Sonntag ihr Vertrauen zu schenken. Vielen Dank. Wir zählen auf Sie.